und weiter geht's mit einer weiteren folge minecraft weiß jetzt bauen wir hier mal wo haben wir sie denn sind es die metallic infuser die brauche ich die kommen wieder hierher genau falsch rum output hier input hier passt da braucht noch auto eject an und hier ja mache ich es auch mal an damit ich dann eine kiste hinlegen kann hinstellen kann chest wo das ganze zeug reingepunkt wird jetzt hätte ich alles ein zweiter nach rechts machen sollen am besten immer das und das mit das ist ja diesmal teoria machen wir das da ist hier also ist klar wieder genau falsch rum oder natürlich das erste muss jetzt doch in das zweite dann doch jetzt passt dann brauche ich noch mal eine chest die kommt hierher input output dann schauen wir mal wir brauchen coal das haben wir hier irgendwo herren eisen brauchen wir auf jeden fall einiges nehmen wir mal vier stacks mit wo sind die kohle im letzten genau also wir haben vier stacks eisen dann brauchen wir 8 stacks kohle ja die wird hier rein gemacht und hier überall erst mal zwei stacks und dann einfach das eisen hier mit rein das sollte er jetzt hat gleich bis hierher output und er sollte es doch eigentlich von unten dann einsammeln oder bräuchte ich da einen hopper klappt da müsste ich einen hopper hinstellen damit das klappt hier habe ich doch ein das hier weg dafür den den hier hin das rein jetzt punkt das nach unten durch und er brennt es gleich big reactor weil ich brauche ja dafür stahl ja und grafit bräuchte ich dann auch noch man kann ich da auch leider keine solche hinsetzen sondern bräuchte wieder einen hopper chest in die mitte also eine truhe hier ist das eisen 1 2 3 4 5 die kommt außen rum setze ich jetzt oben drauf oben ist input mit kreisen ok da kommt er wieder rein hier der und hinten sollten dann 4 stacks stahl sein dann brauche ich ja noch grafit bars das ist einfach ok ich brauche charcoal das muss charcoal sein damit die auf 4 stacks kommen brauche ich also 4 stacks holz was da bin immer viel weil ich schon mal herkommen bin und jetzt hat für das pixel aus dem gliches holz da hinten aufgeteilt habe dann muss ich das hier wieder einschalten hier ist an schauen die in die falsche richtung wieso denn das wieso schauen die in die falsche richtung oder hat das durch irgendein update umgeschmissen das ganze jetzt macht er wieder und hier auch sollte doch auch so gehen oder ja ok und wieso geht er jetzt hat nicht her und macht weiter weil da wahrscheinlich kein ausgang ins im system ist oder genau also brauche ich nochmal eine truhe die hier drauf kommt ok dann brauche ich einen import bus import und accelerator cards nehme ich mal vier stück sind viel zu viel aber egal und cable brauche ich vier reichen bestimmt ok es reicht eigentlich sogar eines weil er jetzt hat schon angeschlossen ist kommen hier noch die karten hin und er sollte jetzt das alles rauspumpen und schon wird das wieder abgeerntet fast durch hier die letzten kohle mit rein jetzt kann ich hier wieder das nehmen wo ist denn jetzt hin da zwei drei vier drei vier vier da soll er jetzt das ganze holz durch machen zu charcoal abkreuz sind ja noch alle drin oder ja passt während er hier das ganze eisen noch rein macht ok dann haben wir das auch schon einmal das läuft dann schauen wir mal in die oberwelt ich bin jetzt herger und habe mal hier unten den kreis weg gemacht den habe ich jetzt auf den stockwerk oben drauf gesetzt damit ich halt hier wieder schön sehe und dann gescheit bauen kann was ich wo haben will na komm schon jetzt halt jetzt werde ich mal schauen wahrscheinlich in diese ecke werde ich das ganze technische zeug machen das wie sage ich an hier am besten den tesserakt hin ja irgendwie so den boden dann am besten die kabel verlegen und oben drauf die maschinen ich glaube das mache ich so dann also immer witzig wenn das kabel auf einmal leer ist wenn man wieder rein geht dann habe ich hier auch gleich die ganze kohle zusammen drei jetzt hat dann kann die wieder rein damit jetzt hat grafit draus wird ok was brauchen wir sonst noch jellorium haben wir das haben wir dann auch alles das auch das war es eigentlich glas reaktor glas ja das haben wir auch ich habe ja hier noch etwas über einen stack ok gut dann habe ich alles damit ich den reaktor dann aufbauen kann den großen na gut das wars dann mit dieser folge wenn sie euch gefallen hat lasst bitte den daumen nach oben da und dann sehen wir sich beim nächsten mal so